Kennst du das? Sein wirst du als kreativer Mensch vieles. Frei, glücklich, erfolgreich und mehr. Aber irgendwie kommst du deinem Ideal kein Stück näher. Du weißt oft nicht genau, was du wirklich willst und wirst von deinen Interessen in tausend Richtungen gleichzeitig gezogen. Und wenn du dich dann doch einmal auf eine Sache festgelegt hast, schiebst du die Arbeit daran auf oder hältst nicht auf Dauer an deinen Plänen fest. Du denkst, dir fehlt die Disziplin. Aber was, wenn ich dir sage, dass alles leichter ist, als du es dir wahrscheinlich gerade vorstellst? Was wäre, wenn du mit einem einfachen System Klarheit über deine Ziele erlangst, deine Gewohnheiten erfolgreich änderst und mit diesen deine Ziele wirklich erreichst? In meinem Selbsthilfebuch Magie der Gewohnheit bekommst du genau dieses System. Ich erkläre dir, wie du in drei Schritten dein volles Potenzial verwirklichst und dein Leben in allen Bereichen verbesserst. Von einer Kreativen für Kreative. Also nutze die Magie der Gewohnheit. Erreiche große Veränderungen in kleinen Schritten und lebe das Leben, das du dir wünschst.